Wie ein Morgenlicht Ich wünsche dir nicht ein Leben ohne Entbehrung, ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Störung. Was solltest du mit einem solchen Leben? Ich wünsche dir aber, dass du bewahrt sein mögest an Leib und Seele, dass dich einer trägt und schützt und dich durch alles, was dir geschieht, deinem Ziel entgegenführt. Dass du unberührt bleiben mögest von Trauer, unberührt von Schicksal anderer Menschen, das wünsche ich dir nicht. So unbedacht soll man nicht wünschen. Ich wünsche dir aber, dass dich immer wieder etwas berührt, das ich dir nicht recht beschreiben kann. Es heißt Gnade. Es ist ein altes Wort, aber wer sie erfährt, für den ist sie wie ein Morgenlicht. Man kann sie nicht wollen und erzwingen, aber wenn sie dich berührt, dann weißt du, es ist gut.